Hast du auch die Nase voll Hast du nicht auch Lust zusammen, einen Maul zu pflanzen? Kannst du dir vorstellen, in Zukunft gemeinsam um ihn zu tanzen? Du packst das bestimmt, wenn du es willst von Herzen Du setzt deine Grenzen Wenn niemand was tut, wird auch nie was geschehen Stimm gegen den Strom, du wirst schon sehen Mut zur Tat wirkt, Ansteckungsgefahr Sei von mit dabei, die anderen sind bald auch schon da Denkst du, dass Tiere wie wir auch Gefühle haben? Bist du auch überzeugt? Kannst du große Auswahl im Laden? Du fragst dich vielleicht, wie soll man das minimieren Wenn alle ohne zu denken konsumieren Erstmal zur Abwechslung neue Wege zu lernen Kannst du dir ausmalen wie Mensch und Tier Wenn alle dicke Freunde werden Wir können das kontrollieren Wenn wir's wollen vom Herzen Wir setzen unsere Grenzen Wenn niemand was tut, wird auch nie was geschehen Stimm gegen den Strom, du wirst schon sehen Und zum Tag wird ein Steckungsgefahr Sei von mit dabei, die anderen sind bald auch schon da Wenn niemand was tut, wird auch nie was geschehen Stimm gegen den Strom, du wirst schon sehen Und zum Tag wird ein Steckungsgefahr Sei von mit dabei, die anderen sind bald auch schon da Wenn niemand was tut, wird auch nie was geschehen Stimm gegen den Strom, du wirst schon sehen Und zum Tag wird ein Steckungsgefahr Sei von mit dabei, die anderen sind bald auch schon da und diesem Tag wird ein Steckungsgefahr Einzelner- und Stimme Die Anrufe Ich bin ein Sieger. Die Sitzungfloor Dein Studenten, Holger, Eltern und Guests who have gathered here today. When we meet for our discussions, what do you think is hanging above our table? A lot of coloured cranes, just similar to those which you have been holding the last days and you will distribute today. Being here today at the Chapel of Reconciliation at the Royal Museum is an awesome sign for peace and exchange. Over 50 students and teachers from 8 European countries. We, the international campaign to abolish nuclear weapons, are trying for 10 years now to speak to people all over the world and achieve a mutual goal. This summer we made it. 122 states wrote a rather long text. But we want to thank you for your commitment for peace and against atomic weapons. We hope that you can reach and touch many people today and are looking forward to some photos of your action. Best regards, Anne and the ICON Team. Thank you very much. So now the German part for those who can speak German. Liebe heute hier versammelt bin Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer der Schule in Berwinkel. Wir von der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen können heute leider nicht persönlich hier sein. Aber wir möchten euch für euren Einsatz für den Frieden und gegen Atomwaffen danken. Wir hoffen, dass ihr heute viele Menschen erreicht und freuen uns schon auf. Einige Fotos der Aktion. Herzliche Grüße, Anne und das ICON Team. Genau so, wie ihr sie verabschiedet habt. Und heute werden sie verabschiedet habt. Das, was ihr heute in der Kirche und Frieden in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche... Wir werden heute auf den Berневkern hervenden Frauen und ich soll mitten in der Kirche auf Rhodes and of noch eine Klammer in der Kirche. Wir haben sie heute hierher身unden und ripetend... Als wir die Felur in der Kirche, países und alle interessanten... Wir versuchen hier auch 10 Jahre zu sprechen, um alle Menschen zu sprechen. Wir haben eine gewisse Konsequenz. Liebe Lehrlinge, Lehrkräfte, Autos und Beleumstellende, die hier sind. Heute sind unsere Freundschaften, unsere Freundschaften, unsere Lehrkräfte und unsere Freundschaften. Die Masse ist der Grunde. Liebe Lehrlinge, Lehrkräfte, Lehrkräfte und Beleumstellende, die hier sind. Wir sind hier, für unsere Diskussion. Und was Sie denken, was wir auf unser Leben stehen? Wir können alle sprechen, in unseren Sprachen, Frieden, Liebe und Verständnis. Wenn niemand was tut, wird auch nie was geschehen. Ich bin gegen den Strom, du wirst schon sehen. Nur zu Tag wird ein Schleckungsgefahr. Sei vor mit dabei, die anderen sind bald auch schon da. Wenn niemand was tut, wird auch nie was geschehen. Ich bin gegen den Strom, du wirst schon sehen. Nur zu Tag wird ein Schleckungsgefahr. Sei vor mit dabei, die anderen sind bald auch schon da. Tag wird ein Schleck multiplatieren. Tag wird ein Schleckungsgefahr. Vielen Dank.